Bummels Ich denke mal, der nächste Zug wird diesen Kampf beenden Oh, warte mal, du hast überlebt? Ganz knapp Gut Bummels überlebt hat er auf keinen Fall Eissturm Wehrt die Attacke ab Initiative sinkt wahrscheinlich Ja, Eissturm habe ich immer gerne benutzt Oh, schräg zurück Noch besser Zack und Bess Bummels Volltreffer So kann man es ausdrücken Weg mit dir Und Schnäppke Die Initiative zu senken ist mir eigentlich jetzt total egal Volltreffer, wie süß Die Initiative sinkt Und deine KP auch Und deine KP auch Auch wenn Das ist ein bisschen anders Kp Ich komme scheimisch hoch einfach jetzt Also wir haben drei Hyperbälle gefunden Hm In dem fetten Raum war ja nix mehr, d.h. wir müssen jetzt einfach nach oben Dum-ba-dum-ba-dum Ja komm Kämpfer Biker Jetzt haben wir Didi und Kind-Wurm So, ich glaub ich mach mir Didi als erstes kalt Obwohl es könnte auch Scanner benutzen, ich mach ihn doch lieber, beide angreifen Didi Ich mag Didi nicht Confusion und Kung-Fu-Strahl Komm Kind-Wurm Gut, super Nice Job Kind-Wurm Und wen schickst du jetzt rein? Come up! Das aussieht wie so'n Gummitier Im Spiel, ganz ehrlich Genau, verletz dich ein bisschen selber Dann hast du auch Beschäftigung Konfusion Come up Natara wirft mal Superball Echt, das sieht aus wie ein Gummitier So, dich krallisch mir Komm her Meditier Saubere Arbeit So, ob sie anerledige das mal Wie das so zusammenzuckt ey Als ob das in einem Orkan feststeckt Glut Ja komm Rückkehr und Keine Power So Tschüss Komm auch Tschüss Komm auch Komm auch Ich brauch was zum Heilen Nö Für was holt man das? Einen Hyperheiler Für einen Hyperheiler Soll man dich besiegen Ach komm her Warum nicht? Jäger Wolfgang Der Turzel Flurmel Gut, dann machen wir das mal auf Rucki Zucki Tour Zack Einfach mal draufspammen Kann ich nicht mehr als schief gehen Kann ich nicht mehr als schief gehen Und der Turzel ist weg Volltreffer Und wen holst du als letztes rein? Uah Ne, noch so ein Mistvieh Ich bekämpfe jetzt erstmal Flurmel Verschwinde Flurmel Und geh wieder zurück dahin wo du hingehörst Cool, one hit Das heißt es bleibt noch eine Bissattacke für ein Bummels übrig Geht gut Finte Nein Gute Entscheidung Mistvieh ey Verschwinde Ja Das ist auch Psyaner gemacht Hätte Psyaner vielleicht sogar sterben können Ah ok, besiegt werden Egal Verschwinde Verschwinde und lass mich in Ruhe Verschwinde und lass mich in Ruhe Hey Ich glaub Na, hier ist nix Wer auch immer sowas gebaut hat Ach schade, ich kann mir dann dahinter vorbeischleichen Dumme Isel Tebe Dann Und Voltilam Voltilam Etwas Psyaner oder Tava Manö Dumme Isel Irgendwie Klar Das Sticht nämlich raus Kompfusion Voltilam Kompfustrahl Dumme Isel Ich hab es ja noch nie Dumme Isel Du Miesel mag zwar viele Attacken lernen können, aber was soll das sein? Kippdurchschlag! Mistvieh. Vor Rückstoß getroffen. Ja, genau. Massakriert mein Psiana. Hm, ja doch, Psiana, Voltilam. Und Natara muss jetzt mal wieder seinen Zug opfern, um zu heilen. Das ist übel, wie die auf Psiana gehen, ganz ehrlich. Okay, Psiana macht am meisten Schaden, es ist schon klar, dass die da irgendwie drauf gehen. Würde ich eigentlich auch machen, wenn ich eine Auswahl hätte zwischen Natara und Psiana. Würde ich auch Psiana erstmal platt machen wollen. Tusker, hau dich selbst. Danke. Okay. Konfusion und du musst... Ach komm, mach bis. Ich will das hier jetzt einsacken und fertig aus. Okay, ich muss noch nicht genug Schaden. Ganner. Ach, nö. Auf. Okay, das ist noch zu verkraften. Ja, wie süß hast du mir KP absorbiert. Du wirst jetzt sterben dafür. Fu-Strahl. Zack. Tschüss, Tusker. Und komm Fu-Strahl. Zack. Du bist jetzt nicht drin. Du, 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 du bist hieruernd. Du, 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 du hast dich irgendwo weg. Du, 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 du. Du, 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 du bist derMR. Dreckiges Mistvieh Ach, Manno, jetzt habe ich ein schlafenes Nachthara zum nächsten Kampf Gibt's hier endlich mal was zum Heilen? Ein PC und eine Heilungsmöglichkeit Halleluja Gut, ich guck mich jetzt noch mal nach vorne hier um Da sind zwei Itemdinger, die man erkennt Was folgt hier jetzt noch alles? Ach, hey je Hm Ne Ich überlege gerade noch Ach, ähm Ich schauke jetzt hier um alle drum herum kurz Okay, wo sind wir denn hier jetzt? Ähm Okay, ich bin jetzt ein bisschen überfragt Okay, da geht's weiter Und hier Geht's zu einem Kampf Zickzacks und zickzacks Na ja, da freut man sich ja Und Konfusion Einmal Bis zweimal Verdammt Ich hätte eigentlich Kombi machen müssen Egal Was? 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 So cute So cute Ja, ist es gut langsam Fünfmal getroffen Wutenschlag Ja, wackeln mit deinem Schwänzchen. So, Konfusion und Biss. Bin ich mal gespannt, was dein letztes ist. Geradax? Schüss, Zickzacks. Was habe ich gesagt? Lässt irgendwie auf sich schließen hier. Ciao, ciao. Gut, und jetzt machen wir dich noch kalt, Geradax. Hm, ich will nicht gerade noch, wo es hier hingeht. Danke.